Gute Wie bei HellDragonLP und ich begrüße euch zur späten Stunde noch mal zu einem kleinen Video und zwar es ist etwas ganz überragendes passiert und das ja ich betreibe ja nicht so gerne mit meinen Überschriften aber wenn ich schon zu solchen Überschriften dann tendiere dann ist wirklich was Tolles passiert und zwar ihr seht im Hintergrund schon in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen geht durch die FIFA Welt dass man anhand einer Grafikleiste unter den Special Packs die man also jetzt gerade im Hintergrund sieht erkennen könnte was man ja quasi von einem Pack zu erwarten hat also es wird wohl wird wohl gemunkelt dass es bei einer speziellen Konstellation es nahezu immer ein Inform-Spieler oder irgendwas Besonderes in den Packs drin ist ich habe diese Diskussion im EA-Forum auch ein bisschen verfolgt in den letzten Tagen ich werde euch dazu wenn ihr davon nichts bekommen habt einen Link unten rein posten auf jeden Fall ich bin bei sowas immer sehr misstrauisch denn warum sollte EA sowas machen und selbst wenn es tatsächlich ein Fehler von EA war warum wurde es noch nicht entfernt wenn denn wenn der erste dahinter kommt ja und es stimmen sollte dann haben wir bald ein Problem denn dann sieht jeder bald Inform-Spieler auf jeden Fall hatte ich gestern Abend mich mal hingesetzt und hatte mir so zwei drei Packs gemacht und habe dann mal ein bisschen rumgespielt und es ist tatsächlich so dass die Linie sich sehr häufig ändert auf jeden Fall hat ich dann irgendwann so lange gemacht bis ich genau diese Linie bekommen habe und zwar die hier und die hat mir irgendwie gefallen sie war schön blau es war vor allen Dingen mal ein ganz anderes Muster ich habe glaube ich gestern eine halbe Stunde oder so bin ich raus und reingegangen also zwischen Goldset rein und wieder raus und das war das erste Mal wo kein Rot dabei war oder ja war einfach hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall habe ich mir gedacht komm scheiß drauf ich hatte dieses Draft Pack dann gezogen also dieses Draft Pack noch übrig machst du einfach mal auf ich weiß aber leider nicht mehr was für ein Packart das war habe es auch natürlich nicht aufgenommen das war ja privat und weil der Typ der mich rausgeschmitten hat aus dem Draft im Halbfinale mich beleidigt hatte habe ich ihm dieses Bild gepostet so als Motto ja trotzdem du mich rausgekickt hast habe ich dann einen Walkout gezogen Özil deswegen habe ich dieses Bild noch so jetzt hatte ich mir gedacht heute ach komm du machst heute Abend ein paar Packs auf es waren ja auch Topfpartien da und vor allem kam jetzt die Man of the Match neu raus so und jetzt gab es dann auch noch rein zufällig die 100k Sets aber das ist ja etwas was ich mir nicht leisten kann jetzt ist aber folgendes passiert und jetzt sind wir quasi dann drauf ich habe es extra aufgenommen jetzt nochmal oder abgespeichert und nehme es auf und ich wollte die normalen Packs aufmachen und sehe dass unten drunter genau dieselbe Linie ist diese blaue Linie und dann passiert das walkout war klar es wurde weiß und blau und es war dann die baller wenn ihr natürlich ein bisschen aufgepasst habt das ist mir auch sofort eingefallen ist das ja im moment der teuerste spieler den man ziehen kann aus dem team of the week hat mich dann schon mal komplett geflasht das seht ihr auch ich war erstmal komplett perplex jetzt kommt aber der knaller es geht ja nicht nur um die baller jetzt in diesem video sondern ich habe mich noch gefreut den schnitzel ich habe 9golan gezogen 9golan 85 hat ein upgrade bekommen kostet auch jetzt so um die 80.000 und jetzt kommt der oberkracher ich habe noch dazu boateng 90 gezogen und auch wenn er nichts wert ist aber vom rating her ein 84er ikadi oben drauf jetzt kann man natürlich spekulieren ob das tatsächlich was dran ist weil ich habe mit derselben linie gestern özil özil gezogen was ein walkout war und jetzt mit derselben linie die baller und es ist ja nicht nur die baller es ist 9golan und es ist auch dann oben drauf noch der boateng jetzt habe ich natürlich ein großes problem wie ihr oben seht meine transfer liste ist komplett bis zum anschlag voll ich müsste die boateng und ikadi und sowas alles abstoßen das mache ich natürlich nicht ich habe jetzt die playstation ausgemacht und warte jetzt natürlich eine stunde und hoffe dass ich dann in web app dann alles regeln web app alles regeln kann aber wenn ihr davon wind bekommen habt habt ihr ähnliche erfahrungen gemacht weil gerade diese blaue linie also diese diese linie die ihr jetzt noch mal im hintergrund seht ich spiele sie jetzt gleich noch mal ein ist wirklich selten ich habe auch jetzt heute abend fast eine dreiviertel stunde lang da gesessen und sie war nur einmal zu sehen und ich habe mich dann getraut habe das 100k pack aufgemacht und es ist tatsächlich auch vom coins wert her das sind glaube ich 1,2 millionen jetzt auf der playstation 4 aktuell vom wert her das beste pack was ich mal im fieber leben gezogen habe und es war so überragend dass ich jetzt direkt ein video zu machen musste ja lasst mir mal eure meinung dazu da ob es tatsächlich einen hinweis auf die inhalte packs geben kann ich verlinke wie gesagt den thread hier unter dem video nochmal und ja ich wünsche euch eine gute nacht das ist ja jetzt doch sehr sehr spät wenn ihr das video überhaupt jetzt direkt gesehen habt ähm ja und ja wenn euch dazu was einfällt bitte lasst einen kommentar da und wenn euch das video gefallen hat natürlich einen daumen und ja dann bleibt mir nicht mehr wie man zu sagen macht's gut und ciao